Unsere Verteidigung ist hier etwas verschwindet. Ah ja, hier war nur ein... Hey, X-Frames. Ja, Zwerge graben sich von überall hier rein. Und ich weiß grad gar nicht, wo ich die... ...gegnerische Basis suchen soll. Weil hier scheint sie auch nicht weiter zu gehen. So, jetzt hab ich noch ein Gartum für die... ...das Tor da oben. Weil hier sind... ...jeweils zwei Heldentore. Genauso wie hier und hier. Gucken wir mal kurz in die Missionsziele. Ja, ich muss in sein Fort eindringen. Das Problem ist nur, wo ist sein Fort? Ah, ich würd mal drauf tippen hier oben. Der Richtung. Mal weiter graben. Die Tür hat in deinem Workshop gegründet. Wie man sieht, ich krieg ziemlich viele Elfen in dieser Mission. Weil das... ...ja auch sozusagen die Tutorial-Mission für die Elfen ist. Wir sollten aber allesamt trainieren. Ah, jetzt brauchen sie noch einen größeren Trainingsraum. Na gut, ich soll es ja haben. Die beiden Wände weggraben. Jetzt sieht man auch hier, dass sich die... ...Dings ein bisschen verändert hat. Weil ich jetzt auch Guard Rooms bekommen hab. Sind die Symbole also nicht mehr so groß. Ich denk mal, hier geht's weiter. Oder auch nicht. Und dann versuchen wir es mal hier durch die Goldader durch. Unser Trainingsraum ist schon mal größer. Nein. Nein. Ausgraben will ich nichts. Ich will hier bei uns so. Jetzt haben wir einen größeren Trainingsraum. Jetzt können die noch besser trainieren. Ja, das hab ich jetzt auch. Das hab ich jetzt auch gerade gemerkt. Um noch mehr Kreaturen zu unterhalten, muss ich das Leer größer machen. Zweites Portal kann da schon ziemlich Probleme verursachen. Interessiert mich mal im Augenblick nicht. Ich hab genug Gold. Muss ich da auch noch eine Treasurer hinbauen? Nein, will ich nicht. Ich will einen Schlafsaal hinbauen. So, 30 Betten, das für 30. Reichen. Hier patrouilliert gerade keiner. Patrouilliert hier. So, ich hab was für sie die Tür zugemacht. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Voll drauf 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 auf. schon einigermaßen ein Level hat du sollst trainieren gehen naja abgesehen von Level 2 ist da nicht besonders viel also hier gehen wir uns hier der Level 2, 11 naja, gut und verlaufen wir uns gleich mal hier gehts lang, hier ist das Dungeon das kann nicht sein, eigentlich müssten wir 30 Schlafräume haben schalten wir gleich mal auf Pfeile um uah jetzt müssen wir die Kanonen hier wegsnipern das kann aber eine Weile dauern ne dazu nehmen wir doch lieber einen Magier haben wir immer noch einen unglücklichen Elfen nein mal zu den Magiern springen der ist Level 4 wo ist der Level 4 Magier so der darf jetzt der darf jetzt mit seinem Feuerball versuchen die Kanonen wegzumachen hier schau ja 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 na das funktioniert auch nicht so wie ich mir vorstelle ich glaube dazu muss ich mir mal ein paar freunde holen auch wenn ich das ziemlich viele kreaturen kosten aber sagen wir uns mal alles mögliche ein was wir hier vor allem bei dunkle elfen von denen haben wir ja genug naja nehmen wir uns auch gleich mit agiert und helfen auch wir sind schon voll Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das stinkt. Das stinkt. Das stinkt. Never eat anything bigger than your own head, Keeper. So, jetzt machen wir auch endlich mal Schaden. So, jetzt haben wir das Ding kaputt gekriegt. Ah, ich komm nicht an das blöde Tor ran, weil alle im Weg stehen. So, wir sind drin. So, wir haben es geschafft. Horny kommt und holt sich den Testteil. Und das war dann die vierte Mission. Organize your security with the guard room. Stake your claim on new shores with the wooden brick. Jetzt können wir auch eigene guard rooms bauen und sogar Holzbrücken. Damit wir schneller über Wasser kommen. Wie man nämlich gesehen hat, sind beide Kreaturen ziemlich langsam auf Wasser. Ja, hier werden die Hühner als... Hier werden die Hühnchen als... Ähm... Tischtennisbälle missbraucht. Und von Riesen gegen die Wand geschmettert. So, unsere ersten vier Missionen haben wir erledigt. Aber bevor wir zur fünften kommen, mache ich doch mal wieder einen Cut. Bis dann!